Herzlich Willkommen zu zweiterem Video auf unserem Kanal Zofor und Gleiche So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann use gerne im Itemshop den Creator Code Zofor und Gleiche TTV Dann auf annehmen drücken und dann unterstütz uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video So Leute, Gleiche und ich haben vorhin, also ich habe vorhin gesagt zu euch gleich, heute ist der Gutschuber im Shop und er ist heute im Shop Es war so oft schon Ja, und heute ist er wirklich im Shop Wir fangen auf der rechten Seite an mit dem Aufheulen Mit Hau Mega geil Kriegst du mit CV10 Kriegt von mir auch 10 von 10 3,67 von 5 bei 15 Wurzeln von 29. Oktober 2018 im Shop gewesen, seit dem 7 anfangs 25 Gemeinders Dann kommen wir zu Körperskämpfer Ich finde den cool, Summa bitte an den Rang Ja, ich finde den auch ziemlich, ziemlich cool Summa bitte an den Rang kriegt von mir 9 von 10 9 von 10 Ja, ich finde den cool Ich bin sogar überlegen, ob ich nicht sogar 10 von Ich komme, ich gebe den sogar 10 von Von mir 9 von 10 Dreh den mal bitte 3,3,15 bei 16 Wurzeln von 29. Oktober 2018 im Shop gewesen, seit dem 4 mal Das ist echt cool, das ist echt cool Früchteflamme Der war ja für kurz und alles im Shop gewesen Ja Ich habe gerade gesagt, Früchteflamme Früchteflamme, hast du gesagt, ja die Früchteflamme mega geil, 10 von 10 4,75 bei 4 Wurzeln von 26 Hat sich doch aus dem Shop gewesen Sind einmal um 5 von 100 Kürbislandern oder Kürbislaterne Kürbislandern Also Kürbislaterne Klick mal bitte da durch Ich finde die nicht schön Ne, ich finde von mir 4 von 4,6,75 bei 3 Wurzeln von 27. Oktober 2019 im Shop gewesen, dann 2 mal 1 Remander Dann machen wir da neue, diese kleinen Schritte Ne, wir mal erstmal kommen wir erstmal zum Hohlkopf Der Hohlkopf auch mega geil, 10 von 10 Zoom nochmal bitte auf den ran und dreh den auch mal 3,3,95 bei 9,5 Stozo, also 14. Oktober 2018 im Shop gewesen, dann 6 mal 1 Remander So, mega cool das Teil Ja So, die kleinen Schritte Das ist irgendwie, das ist auch interessant So ein Synchronemote, ne? Das heißt also, das müssen 2 Leute zusammen machen Am besten Ja, das ist cool Und Krieg von mir jetzt 8 von 10 Krieg von mir auch 8 von 10 8 von 10? Ja Okay Keine Beobachtung von 5 Wanderers Kuschelhorror Kuschelhorror 10 von 10 Klassisch Bär Dreh den dann auch bitte mal so mal an den Rand Klassischer Bär Megageil 10 von 10 4 von 5 bei 9 Worts Zum Beispiel am 19. Oktober 2019 im Shop gewesen 2 mal 9 Remanders Kuschelkralle Kuschelkralle, gut mit dem Teil kann ich jetzt nicht ganz so viel anfangen Sie haben auch nicht so schlecht aus Die von mir 7 von 10 Für 5 oder mehr auch 4 von 5 bei 2 Worts und 9 Remanders Dann haben wir Da ist noch irgendwas muss noch drin sein Ah ja, dieser Kuschelschatten Klick mal bitte dadurch die Modelle durch Für 500 Wibachs das Teil Ja, übrigens bei uns Leute Also heute ist ja auch Halloween Soll ja auch Soll es ja auch geben Und bei uns in der Nachbarschaft sind wir voll viel los bei Halloween Das ist immer so geil 8 von 10 Von mir auch 3,7, 2,5 von 5 bei 4 Worts Zum Beispiel am 19. Oktober 2019 im Shop gewesen 2 mal an einem Mann Also wirklich bei uns in der Nachbarschaft Das ist echt cool So Ultra Sensor An Weihnachten Ja, heute ist Weihnachten Verschiedene Styles Neue Picker Kriegt von mir 10 von 10 9 von 10 Klick mal auf die Style-Vorschau Oder so Ja, gut sieht man ja 2 8 von 10 No 9 von Voting 9 Reminders Schnitzer Kriegt von mir 7 von 10 8 von 10 3,7, 8,5 bei 13 Worts 14. Oktober 2018 im Shop gewesen 6 mal an 3 von Mann 8 von Wibachs Knochenblüte Knochenblüte Mega cool Sieht das Teil aus 4,8 von Wibachs Kriegt von mir 9 von 10 4 von 5 Bei 4 Worts 26. Oktober So, das ist im Shop gewesen Sein 2 mal an 2 Mann Was Und die Rebo Und der Schnitter Verachter Wie was Den hast du ja sogar Ist ja Einer deiner Lieblings 10 von 10 Picken Von mir Kriegt zu 7 von 10 4,7,1,5 bei 156 Worts Am 31. Oktober So, das ist im Shop gewesen 11 mal und 1258 Reminders Was? Natürlich Wow Übrigens Ah ja Create-Eco Wenn ihr euch die Gutrube kauft Immer mit dem Create-Eco So, von Weischt TV Brainiac Brainiac Der war jetzt auch schon Etwas länger nicht mehr drin gewesen Brainiac Kriegt von mir 8 von 10 4,325 bei 41. Oktober So, das ist im Shop gewesen 4 mal Und 61 Moment, Moment Na noch nicht raus Lass uns mal den neuen Style Anschauen Da, geh mal klicken Auf die Stilvorschau So Der sieht ja jetzt So ein bisschen aus Sieht jetzt so ein bisschen aus Wie der Ghoul Trooper Also dieser neue Style Dreh den mal bitte ein bisschen So Der krieg von mir Ganz klar Okay, der neue Style Von mir Von 10 Von mir 8 Ok Dann kommen wir jetzt Zum Highlight Dem Ghoul Trooper Der Ghoul Trooper Hat sogar Eine andere Ähm Ein, 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 ein anderes Ein, 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 ein anderen Stil Und ja Also der Ghoul Trooper, ne Der kriegt von mir Ganz klar 10 von 10 Guck dir mal die anderen Den anderen Style Ja, der krieg auch von mir Ja, der krieg auch von mir 10 von 10 Ich meine, der ist so ein bisschen Keine Ahnung Äh Ist so ein bisschen Dunkelgrüner Sagen wir es so Und Ja, sieh Aber ich finde den Style besser Ist halt so Wie man ihn kennt Die Ghoul Trooper Krieg von mir auf jeden Fall 10 von 10 So, dann würde ich sagen Was gehst du denn? Von mir kriegt der Ghoul Trooper Oh, was denn das? Das Teil wünscht dir schon so lange Tiggi Herr Gleich 3 Der Ghoul Trooper Ausrüsten Vielen, vielen Dank Herr Gleich Zeig mal da hinten Also erst mal Dieser Rucksack Also ich mache mir jetzt schon Ein bisschen Sorgen Jetzt zeig mal den Rucksack Und du Ich habe ja vorhin gesagt Was ich gerne Mir holen würde Ja Das ist das schwarze Bärchen Jetzt Stell dir mal vor Ich renne mit dem schwarzen Bärchen rum Und du hast meinen Schädel Wurde brain hinten raus Guck da auf dem Rücken Also das wäre schon sehr skurril Sehr skurril Ja, aber der Ghoul Trooper Krieg von dir Ghoul Trooper kriegt von mir 9 von 10 Nicht 10 von 10 10 von 10 Er 10 von 10 Der ist schon richtig geil Ja, okay, komm Ghoul Trooper kriegt 10 von 10 4,5 Wachen 5 Bei 285 Votes Am 30. Oktober So Neu mal 1.877 Wann war das Teil überhaupt Das letzte Mal Am 28. Oktober 2017 Das heißt 702 Tage her 28. November 28. November Was ist das Oktober Ja Und der Brainiac Der war ja auch schon Lange nicht mehr drin Oder? Brainiac Ja, der war 364 Tage nicht mehr drin Am 1. November Und auch die Sense Die war doch auch schon Machen Die geht Die sollte gehen Ja Sense 284 Tage Das ist schon ziemlich krass Also wenn es euch gefallen Moment Der geht von mir Love it Shoppe werden Absolutes Love it Also das ist eine der geilsten Shops seit langem 1057 Love it Hast du sowas schon Gezeigt mal Zeig mal Machst du es mal groß Wann hast du so eine Bewertung mal gesehen Nie 1062 Love it 85 Meh Und 1004 So eine krasse Bewertung Ich weiß gar wann die das Ich hab das noch nie gesehen Ich auch nicht Also Wenn es euch gefallen Lasst mal bitte einen Daumen nach oben Da Schreibt bei den Kommentaren Abonniert den Kanal Benutzt unseren Support Creator Code Sofort Du gleich TTV Ja Leute Ich hoffe Wir haben jetzt heute Nicht zu viele erschrocken In den Kommentaren Vom letzten Video Stand zu viel drin Dass wir Wir werden ja so schrecklich Würden wir ja aussehen Ich hoffe es war jetzt nicht ganz so schlimm Für euch Und euch hat die Folge Spaß gemacht Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Haut rein Machts gut Bis dann Tschüss Tschüss